Ganz oft kam von euch die Frage, Stefan, kannst du auch mal sowas vorstellen wie ein Airdrop, wo ich was machen muss, den ich dann mitnehmen kann und wo ich dann fette Gewinne, mal ein paar tausend Dollar kriegen kann mit wenig Aufwand, mit wenig Einsatz. Ist das möglich? Ja, können wir machen. Schauen wir uns mal einen eventuellen, sehr wahrscheinlichen Airdrop an. Was ihr dafür machen müsst, ein paar Sachen, das schauen wir uns jetzt mal an. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Nachdem es so viele Airdrops gab, denken wir an einen der größten mit Uniswap. Dann gab es Abdos, jetzt gab es Arbitrom und es gibt noch viel, viel mehr. Sui wird noch einen Airdrop rausbauen, aber ich persönlich halte diese ganzen Airdrops, ja, sie waren schön. Ich glaube an Uniswap ranzukommen wird schwierig, aber ich halte einen sehr, sehr interessanten Airdrop für möglich. Und den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar geht es um das Projekt StarkNet. Jetzt wird jeder vielleicht sagen, StarkNet, noch nie gehört, ein komischer Fuchs dahinter, was soll das? Sie scheinen sehr unscheinbar, erst mal so auf Twitter, aber es heißt es so, auch in Venture Capital Kreisen, dass es einer der aussichtsreichsten Blockchains der nächsten Zeit sein kann. Komplett neue Technologie und hier sehr spannend, sie waren vorher ein Second Layer mit StarkX von Affirm. Und jetzt ist es sehr spannend, sie starten ihr eigenes Blockchain Projekt mit StarkNet. Mathematische Blockchain Berechnungen, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und hier gibt es aktuell das Mainnet, aber ohne eigenen Coin. Und diese werden sehr, sehr wahrscheinlich einen Airdrop raushauen und diesen möchte ich euch nicht vorenthalten. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür ein paar Affirm. So, ich würde sagen 0,01 Affirm, damit kann man schon einiges anstellen. Gebühren sind auf StarkNet sehr, sehr gering, aber wir müssen natürlich erstmal unsere Affirm zu StarkNet bringen. Das schauen wir uns jetzt alles an, wie das Ganze funktioniert. Plan für dieses Video circa eine halbe Stunde bis eine Stunde ein, wenn ihr das selber macht. Ich werde in einigen Punkten schneiden, wenn Transaktionen laufen und so weiter, um das Video natürlich nicht zu lang werden zu lassen. Schauen wir uns das Ganze an, erstmal StarkNet. Spannende Blockchain, wie ich finde und wenn wir uns das Ganze anschauen und so ist es ja, hier sehen wir sehr, 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 ich kann es nicht anders sagen, viele Partner und vor allem wahnsinnig interessante Investoren. Das sind somit die größten Investoren, die es so in der Blockchain Szene gibt. Also wenn du eine neue Blockchain bist und hast solche Partner, solche Investoren, dann kann ich nur sagen, gibt es wahnsinnig interessante Möglichkeiten. Denken wir dran, Partner, VCs und so weiter, die öffnen dir Türen, das kann hier Wahnsinn werden. Also StarkNet für mich auch sehr aussichtsreich für die Zukunft und vor allem dadurch, dass so viel Kapital schon eingesammelt werden konnte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier sehr viele Anwendungen und vor allem auch Leute auf dieses Projekt aufmerksam werden. Das erstmal zu StarkNet selber, aber jetzt sagt sich jeder, mich interessiert das eigentlich gar nicht, was das ist. Ich will den AirDrop, du hast gesagt, hier gibt es ein paar tausend Dollar abzuräumen. Genau, also ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass StarkNet hier sehr, sehr interessant ist, auch gerade für Investoren und auch schon sehr gute Investoren gesammelt hat, werden sie ihren eigenen Coin via AirDrop raushauen. Natürlich möchte man seine Chancen so groß wie möglich halten und deswegen muss man natürlich einiges machen. Ich habe hier eine kleine Anleitung gefunden, finde die sehr, sehr gut und deswegen werde ich diese auch nutzen. Erstmal, was brauchen wir? Step 1, also ich sage es euch direkt, das Ganze sind 6 Steps, aber mit Transaktionen kann das schon eine Weile dauern, wie gerade gesagt. Step 1, ganz wichtig, MetaMask Wallet. Ich denke mal, das haben sehr viele. Wir brauchen eine MetaMask Wallet, darauf brauchen wir Affirm. Das Ganze können wir auch ganz einfach machen. Meine MetaMask Wallet ist hier oben, ich mache sie extra für euch groß, dann seht ihr sie auch. Das sieht so aus, ich habe hier 0,21 Erführung drauf, das sind umgerechnet 400 Dollar. Diese habe ich hier mir ganz einfach hingesendet, ganz einfach, so wie man es kennt. Ich habe sie hier erhalten und dann liegen die hier. Das ist auch ganz verbunden mit dem Ledger, so ist das Ganze abgesichert. Das ist Step 1, MetaMask Wallet findet ihr hier auch als Video, pinne ich euch oben an. Dann, wenn wir das haben, dann gehen wir weiter und dann brauchen wir natürlich eine Wallet von StarkNet. Und bei StarkNet ist die erste Wallet, die es so gibt und die ich auch nutzen würde, weil sie sehr nutzerfreundlich ist und eigentlich sehr, sehr ähnlich ist wie MetaMask. Das ist die, die Agent X Wallet. Die sieht so aus, gibt es für Google Chrome und Firefox. Wenn man zum Beispiel, wie ich, Brave Browser nutzt, da braucht man natürlich Google Chrome. Da ist alles im Google Chrome Modus funktioniert. Also habe ich mir diese runtergeladen und hier eingestellt. Sehr interessant war, es gab keine Wörter, die ich hier einstellen konnte, aber das Ganze geht dann hier. Setup, Account, Recovery, wenn man hier natürlich seine Accounts sichern möchte und natürlich auch die 24 Wörter aufschreiben möchte. Also ganz, ganz wichtig, das geht dann nachträglich, nachdem man diese Wallet erstellt hat. Wichtig ist natürlich, dass wir im Mainnet unterwegs sind, weil das Mainnet ist live, aber es gibt, wie gesagt, keinen eigenen Coin. Deswegen Mainnet, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir schon die zwei wichtigsten Schritte. Wir haben eine MetaMask Wallet mit Affirm und wir haben die Agent X Wallet und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ja, wie geht es weiter? Ganz einfach, natürlich, indem wir dann erstmal bridgen. Ganz klar. Dann gibt es die Stargate, Starknet Bridge. Die sieht so aus und da müssen wir natürlich alle beiden Wallets verbinden. In diesem Fall meine Affirm Wallet und meine Agent X Wallet. Dann gehen wir einmal zurück und dann möchten wir umdrehen, wir müssen von Affirm zu Starknet, müssen wir was rüberbringen. Man hat hier auch die Möglichkeit, andere Tokens auszuwählen, beziehungsweise Coins, aber das Ganze ist so, dass eigentlich alles hauptsächlich über Affirm läuft. Das werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Deswegen würde ich jetzt hier nicht hingehen und irgendwie mir Polygon oder Arbitron, Mobo Optimissen oder sogar andere Sachen rüber schicken. Es läuft hauptsächlich alles über Affirm. Also ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. In meinem Fall, und ich mache es auch echt mal gering, so dass es auch reicht, dieses Ganze hier. Dann müssen wir natürlich in meinem Fall den Ledger parat machen und MetaMask hier confirm. Das geht natürlich ganz einfach. Die Gebühren sind in meinem aktuellen Fall 10 Dollar. Also das merkt man auch schon und insgesamt schiebe ich 35 Dollar rüber. Also wir sehen, hier ist mal wieder teuer, 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 aber die Netzwerkgebühren sind aktuell sehr hoch, da das Netzwerk ausgelastet ist. Aber das gönnen wir uns, wir wollen das jetzt hier durchbringen. So, jetzt confirm wir das Ganze via meinem Ledger. Ganz einfach, ich nutze auch schon den neuen Ledger S Plus in meinem Fall. Den seht ihr hier, den habe ich jetzt recht neu, alles umgestellt auf das Neue, weil es den alten ja gar nicht mehr gibt. Aber der Neue ist echt cool. Dann natürlich auch viel möglich. So, jetzt sehen wir hier, dass die Transaktion gesendet wurde und nochmal der Hinweis, das ist eine Alpha-Version. So, jetzt ist das Ganze gesendet. Jetzt ist der Moment, wo wir natürlich etwas warten müssen. Die Blockchain muss das Ganze verarbeiten. Wir sehen aber, das Ganze wurde schon Deposit. Umgerechnet 20 Dollar plus nochmal 10 Dollar Transaktionsgebühren, die draufkamen. Die haben wir jetzt hier nun versendet und jetzt warten wir, bis das natürlich anguckt. Dann geht es weiter. Nachdem das Ganze nun angekommen ist, können wir natürlich weitergehen. Und der nächste Schritt, nachdem wir das Ganze gebütcht haben, sind natürlich sowas wie dezentrale Exchange, also DEXs. In diesem Fall sind es drei Stück. Ich würde auch wirklich alle drei nutzen, persönlich gesagt, um natürlich hier die Chance des Airjobs zu erhöhen. Dazu müssen wir diese drei DEXs aufrufen. Fangen wir an mit der ersten, das ist MySwap. Dann müssen wir natürlich unsere Wallet wieder verbinden. Und dann geht das Ganze los. Nochmal ein kleiner Disclaimer und dann können wir hier swappen. In dem Fall Erfüllung zu, ja, nehmen wir DAI oder was auch immer. Hier können wir Max nehmen, aber wir wollen keinen Max, sondern wir gehen viel, viel tiefer hier in diesem Fall. Wir haben noch einiges vor und dann gehen wir hin und gehen einfach mal ein bisschen tiefer. Dann gehen wir auf Swapping, dann konfirmen wir das Ganze und schon geht das Ganze weiter. Dann sehen wir schon, dass wir hier den ersten Swap fertig haben. Erfüllung zu DAI in diesem Beispiel. Und dann geht es weiter. Dann haben wir MySwap genutzt. Dann können wir das schließen. Und das nächste auf der Liste ist 10k Swap. Dann gehen wir zu dem und connecten das Gleiche auch wieder hier. Connecten unsere Wallet. Das Confirmen. Und dann geht es weiter mit 10k Swap. Und wir werden hier auch etwas swappen. Schauen wir mal, was gibt es hier. Wir werden jetzt mal USDC uns holen. Auch hier werden wir einen Minimalbetrag nehmen. Einfach aus dem Grund, dass wir natürlich nicht so viel verschwenden wollen, um hier weitere Transaktionen durchführen zu können. Dann konfirmen wir das Ganze. Transaktion wird hier angezeigt. So sieht das aus. Confirm. Dann müssen wir natürlich kurz warten, bis diese Transaktion bestätigt wurde. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier oben, nachdem wir das Ganze confirmed bekommen haben, ist hier One in Pending. Also sehen wir, das Ganze läuft jetzt gerade. Und wenn das durch ist, können wir den nächsten machen. Beziehungsweise wir könnten auch parallel den nächsten machen. Der nächste ist nämlich Yidi Swap. Auch hier werden wir wieder unseren Account connecten. Und dann gehen wir hin und werden wieder hier 0,001-Führung. Werden wir swappen in diesem Fall. Wir haben schon da USDC und das ist unterwegs. Werden wir einfach uns jetzt in dem Fall USDT nehmen. Und dann auch wieder swappen, das Ganze konfirmen. Wir sehen hier wieder, wir geben aus Führung. Dafür erhalten wir Tether und das Ganze konfirmen wir. Und werden hier auch bei Yidi Swap sehen, Transaktion ist submitted. Also das Ganze ist nun unterwegs, muss bestätigt werden. Und hier oben sehen wir auch One Pending. Das Ganze kommt jetzt gleich durch und dann haben wir den nächsten auch durch. Hier sehen wir auch noch Pending. Also das Ganze ist unterwegs. Und wenn diese zwei Swaps oder insgesamt drei Swaps durch sind, kommen die natürlich auf unsere Wallet. Und wir haben schon mal drei Swaps erfolgreich durchgeführt. Das nächste, wenn dann hier das Ganze durch ist, ist dann, dass wir mal auf dem NFT Marketplace loslegen. Auf dem NFT Marketplace ist es so, es gibt zwei, Mint Squad und Aspect.co. Bei Mint Squad Square ist hier das Problem, dass hier der Link falsch ist. Ich packe euch den richtigen Link, beziehungsweise alle Links der Reihe nach, packe ich euch in die Videobeschreibung. Aber auch diese Anleitung hier. Jetzt gehen wir hin und werden mal bei Aspect.com werden wir mal ein NFT kaufen. Diese sind wahnsinnig günstig. Wir connecten einfach mal und dann werden wir hier uns mal ein NFT kaufen. Wir wollen buy, schauen wir mal, was das Ganze kostet und sehen hier, dass das extrem günstig ist. Ja, die sind vielleicht nicht so unbedingt jugendfrei, aber wir können natürlich, jeder kann hier seine NFTs, so wie er lustig ist, natürlich hier online stellen und auch zeigen. Ich finde das jetzt hier ganz lustig als Beispiel und das werden wir jetzt einfach mal kaufen für 4 Dollar. Wir confirm das Ganze, das geben wir aus, dafür erhalten wir ein Star Wars NFT. Wir confirm das und auch hier müssen wir natürlich warten, bis diese Transaktion durch ist. Dann gehen wir schon mal zu Mint Square und werden hier auch uns verbinden mit Starknet und werden natürlich hier uns ein NFT kaufen. Einfach natürlich, um sicher zu gehen, dass wir hier alle Sachen erfolgreich gemacht haben. Gehen wir mal auf Collections, schauen wir mal, was das hier heute kostet. Das sind die ganzen Collections, die es alle gibt. Also wir haben gesehen, es waren sehr viel teurer dabei. Ich bin jetzt einfach mal hingegangen und habe hier gesehen, hier gibt es animierte FC Bayern Trikots. Ja, gut, wir wollen günstiger haben. In dem Fall ist das günstig. Deswegen kaufen wir uns hier einfach mal ein günstiges NFT, in dem Fall Add to Cart. Die waren zu teuer, aber diese hier, das können wir machen, das ist günstig. Dann sehen wir auch hier wieder die Bestätigung. Wir geben aus, so viele Föhrungen, das ist in dem Fall 5 Dollar und erhalten dafür ein NFT. Konfirmen das Ganze, können hier eine Bewertung abgeben. Und schon sehen wir auch hier in diesem Fall, dass diese Transaktionen nun alle durch sind. Wir sehen, Föhrungen haben wir, das war unser erstes. Wir sehen DAI, wir sehen USDC und wir sehen USDT. Und dann sehen wir auch die NFTs, wenn sie denn da sind. Die ersten sind da. Wir sehen auch, wo die her sind. In dem Fall via Mint Square, das Star Wars NFT. Und jetzt kommt gleich noch das nächste dazu. Und dann können wir diese natürlich auch wieder traden. Ja, und schon haben wir eigentlich die meisten Sachen erledigt. Wir haben die Bridge benutzt. Wir haben die Wallet benutzt. Wir haben Dexis benutzt, in dem Fall drei Stück. Sehr gut. Und wir haben zwei NFT-Plattformen benutzt. Also für unseren Erdjob sind hier schon mal sehr viele Sachen erfüllt. Jetzt kommen wir zum allerletzten, was wir machen müssen. Hoffentlich haben wir noch genug. Und das ist die Starknet-ID. Das kennt ihr sicher aus den, wenn ihr andere Airdrops schon mal mitgenommen habt. In dem Fall connecten wir unsere Wallet. Und dann schauen wir uns mal an, was hier unsere ID sein muss. Und vor allem, wie viel sie kostet. Wir gehen jetzt mal an. CryptoEule.Stark wäre das in dem Fall. Jetzt sehen wir, dass die ganze verfügbar ist. Wir können jetzt noch einstellen, wie viele Jahre wir diese wollen. Und wie viel Geld wir natürlich haben. Wir gehen jetzt hier drauf und wir sehen, so viel haben wir nicht. Aber wir gehen hin und suchen uns die mal für ein Jahr aus. Sehen wir auch, haben wir nicht. Aber jetzt ist es natürlich so, Mist, haben wir das nicht mehr. Wie können wir das natürlich ändern? Wir gehen einfach wieder hin und switchen unser Geld. In dem Fall USDT oder USDC. Connecten unsere Wallet. Und swappen einfach das, was wir haben, wieder zurück. Indem wir einfach unsere Erführung wieder bekommen. Wir sehen ja, es läuft alles über Erführung hinaus. Hier swappen wir, confirm den Swap und tauschen alles wieder zurück, damit wir genug Geld haben. Also es ist jetzt nicht so, Mist, ich habe nichts mehr. Sondern wir haben ja Möglichkeiten. Und es ist ja auch noch so, dann werden wir natürlich auch mehr Transaktionen in dieser Blockchain durchführen. Und dadurch, dass wir mehr Transaktionen durchführen, ist es natürlich auch so, dass wir in diesem Fall mehr Transaktionen haben und die Chance sich für einen AirDrop natürlich erhöht. Deswegen macht es auch Sinn, das Ganze wieder zurück zu swappen. Eventuell das NFT zu verkaufen. Je nachdem, was man hat. Vielleicht findet man das ja cool. Und dann kann man das Ganze wieder nutzen. So, jetzt haben wir die ersten Received. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns die ID kaufen können. So, nachdem das Ganze leider nicht gereicht hat, habe ich noch ein bisschen Erführung hinterher geschoben. Also meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr das macht, dann nehmt 0,02 Erführung. Damit reicht das Ganze. 0,01 ist dann doch ein bisschen wenig. Da alleine diese Webseite teuer ist. Gut, jetzt gehen wir hin und werden uns hier eine Webseite kaufen in diesem Fall. Für zwei reicht es dann nicht, zwei Jahre. Wir werden für ein Jahr uns kaufen und das Ganze dann confirmen. Und dann geht es auch schon los. Und schon haben wir diese Transaktion bestätigt. Sie wird jetzt im Pending und so weiter. Und schon haben wir alle Sachen dieser Liste abgearbeitet. Wir haben das letzte, die Starknet ID, gekauft. Nachdem wir all diese Punkte erfüllt haben, hoffen wir natürlich auf einen AirDrop, der sich natürlich auch lohnt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch hier noch ein paar für übrig hat, dann ist es natürlich kein Problem, auch hier hinzugehen und das Ganze wieder zurückzusenden. Also wir haben jetzt noch bei Starknet ein paar Erführungen in diesem Fall. Die möchten wir alle hier rüber senden. Das sind in meinem Fall noch 0,00356. Die könnten wir hier ohne Probleme dann rüber senden. Das ist gar kein Problem. Und schon haben wir unsere Erführungen wieder drüben. Gleichzeitig könnte man natürlich auch die NFTs, die man gekauft hat, versuchen ein bisschen Gewinn bringen zu verkaufen. Wenn der Nächste kommt und sagt, ich möchte hier meinen AirDrop mitnehmen, ist natürlich auch gerade ein bisschen Verkehr auf der Blockchain und könnte natürlich dazu etwas führen. Um sicher zu gehen, dass man hier alle Sachen erfüllt hat, gibt es den Stark Scan. Der sieht so aus. Das ist jetzt mein Account in dem Fall. Und hier sehen wir alle Transaktionen, die ich gemacht habe. Wir sehen hier den Token Swap. Wir sehen den NFT Kauf und so weiter. Alles ist da drin. Events, hier können wir alles nachgucken, was hier passiert ist, was das aktuelle Portfolio ist. Nur noch die Erführung, nichts anderes mehr, da ja alles andere, den wir hier weggeswappt wurde. Erst in ein Coin, sowas zu Token und dann wieder zurück. Und das hat natürlich viele Transaktionen gebracht. Und dadurch haben wir natürlich viele Sachen erledigt und können hier auf einen hoffentlich guten AirDrop hoffen. Ich hoffe, ihr konntet hier alles verstehen, alles mitmachen. Denkt dran, so eine halbe Stunde, vielleicht bis zu einer Stunde würde ich hier einplanen. Das Ganze braucht ein bisschen Transaktionszeit. Es geht nicht alles so schnell. Das ist noch das Mainnet zwar, aber da kommt noch einiges und da kommen noch Updates. Deswegen, man ist hier noch ganz früh dabei und kann hier hoffentlich einen großen AirDrop mitnehmen, der eventuell sogar sehr viel wert sein wird. Man hofft ja auf so 5.000 bis 10.000 Dollar. Wer weiß, bevor man hier in Token Swap 100.000 reinschreibt, es sind ein paar Tausend Dollar. Hoffen wir, dass wir hier etwas bekommen. Alle Fragen dazu und ich hoffe, eigentlich erklärt sich alles selber, aber alle Fragen dazu in die Kommentare und Meinungen sehr gerne. Und sonst sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.